Wo hast du mein Kumpel? Jetzt Disney nicht! Ah, ich seh nix! Er macht die Augen auf, huh? Lässt du meinen Buddy hier anrufen? Ah, der Vorgänger zu Deto, ne zu Deto! Oh, wie viele denn noch?! So many you can't count! So, und wo war jetzt hier diese... Oh, naiv! Diese verdammte... Warst du denn schon da in dem Behandlungszimmer oder was auch immer das ist? Ja genau, heckt doch erstmal die Ketten! Ich kann ihn nicht... Oh, Mann! Wo ist er denn?! Ich glaube, ich habe diese Stelle hier total verkackt. Ist ja nie... Aaaaah! Geduld, du solltest dir angewöhnen. Du scheißding da oben! Sag mal, Bruder! Na jetzt schießt er! Ja, jetzt bin ich auch angepisst. So. Ne, das will ich gleich nicht. Äh... Da hat doch noch was geblinkt gerade. Da, da hinten. Wenn das, was wir holen sollten, jetzt dieses winzige Dings hier war, dann ist das echt komisch. Nee. Weiß in dem Groben was du suchst? Ein Telekineseplasmid. Ah! Das soll beim Zahnarzt sein. Wo ist Duster? Die ist mächtig. Ah! Ah! Da hätte sie mich fast getötet, du Bitch! Ah! 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 AHHHHH! Okay, also die Stromflinte ist zwar mächtig, hey, eine Mensch, aber... Aber braucht etwas länger zum Schießen. Ja, zumindest hast du es geschafft. Dandy Danto. Was? Na ja, immer diese Doge. Jaa, immer diese Doge. Jetzt hier, um mal eine Lanze für die Deutsche zu brechen, das ging alles von einem Österreicher aus, ja? Liebe Cookie, falls du zuhörst. Du musst auch immer wieder drauf rumreiten, ne? Ja, fuck. Wenn ich schon so ein Ausländer in meinen... äh, Freundeskreis hab, dann darf der auch gebasht werden. Nichts, auf nicht zu viel. Wenn das ein Suchender eines Fastfood-Restaurants mitbekommt. Hm? Wenn das ein Suchender eines Fastfood-Restaurants mitbekommt. Der Magus-Handa? Das hast du jetzt gesagt. Haben alle nix. Wenn hier so viel Wasser ist, dann brauche ich das doch bestimmt nachher noch, um jemanden zu sammeln, zu bitzeln. Gut möglich. Aber ich glaube, es ist unklug zu bitzeln, während ich selber drinstehe. Also bei einem anderen Spiel, das auf demselben Prinzip basiert, von wegen bitzeln, da funktioniert. Das ist überhaupt keine Selbstschutzanlage. Das ist ein Squash-Ball-Spiel-Dings. Arschloch. Wieso leuchtet der Rot? Der sah jetzt genauso aus wie eine von diesen bösen Dingern da. Basiert wahrscheinlich genau auf demselben Prinzip. Wenn nur dadurch. Ist zwar genauso groß, aber... Da ist noch niemand in der Glasscheibe. Nein, da auch nicht. Ich werde mich nicht weiter damit beschäftigen. Ja! Telekineser. Pick up big stuff with your mind. Throw them at your enemies. What else do you need to know? You have run out of slots. Oh. Oh. Einmal einhälter. Äh, scheiße. Oh, 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 oh. Was, musst du jetzt die Elektrizität oder das Feuer abgeben? Ja. Hm. Ich glaube, dann musst du die Elektrizität weggeben. Weil du das Feuer noch für die andere Stelle da brauchst. Ja. Ich erinnere nicht. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Ich muss zu diesem Gatherer scaten, dann kann ich mir mehr Slots kaufen. Ah. Du willst es. Ja. 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 Ah. ha für Menschenreiz Hahahaha die Europapen aber es ist doch nicht effektiv das kann sich nicht mehr betteln ja zum Glück liegen hier so viele Trümmer das erinnert mich grad tierisch an Pass of Neo Matrix da könntest du das nachher nämlich auch Sachen einfach so aufheben und nicht die Gegend befeuern das ist lustig das geht noch mit Leichen geil hat was auf jeden Fall so der Pfeil sagt mir jetzt ich muss in diese Richtung ja wie geil ach scheiße stimmt das verbraucht ja Eve oh wie denn leuchtet da was ich raffs nicht jetzt ist er tot naja hm echt das ist halt das hier im Eis und dann achso er schau ich der Pfeil ok ja da ist schon wieder eine Little Sister irgendwann plaudern was warte mal was ich sollte mich direkt loslassen da verdammt ich brauche langsam aber sicher wieder die Verstärkung ja die Klammer die Rätel Geld ohne Ende